Allah Azza wa Jal, er hätte uns nicht dieses Leben leben lassen müssen, sondern er hätte bestimmen können, sie bekommen erst gar nicht dieses Leben in dieser Dunia, sondern sie gehen sofort in das Paradies oder in das Höllenfeuer. Das hat Allah Azza wa Jal Subhanahu Wa Ta'ala nicht gemacht. Und jetzt werden wir Allah etwas kennenlernen, liebe Geschwister. Wäre es Unrecht von Allah, bei Allah nein. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ist nicht Ungerecht. Allah Azza wa Jal Subhanahu Wa Ta'ala ist nicht Ungerecht. Allah Azza wa Jal hätte uns sofort für das Paradies oder das Höllenfeuer schreiben können, ohne dass er uns dieses Leben hier leben lässt. Aber warum hat er das nicht gemacht? Und das ist die Frage auf die Antwort, beziehungsweise das ist die Frage von dem Thema, was wir heute haben. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surah Taha, in der Ayah 134. Und wenn wir sie zuvor schon vernichtet hätten, Allah Azza wa Jal sagt, Wenn wir sie mit einer Strafe zuvor bestraft hätten, Laqalu Rabbana, law la arsalta ilayna rasulan, fa nattabi'a ayatik min qabli an nadhim au nachzah. Sie sagen, oh unser Herr, hättest du doch zuvor einen Gesandten zu uns geschickt, so hätten wir deine Zeichen befolgt, bevor über uns Schmach und Schande kommt. Subhanallah, lass uns diese Ayah verstehen. Allah erklärt uns in dieser Ayah, wenn er es so gemacht hätte, dass er einfach die Leute erschaffen hätte, und ohne dass sie geprüft worden wären in dieser Dunja, das heißt, sie hätten ihr Leben nicht gelebt, dass sie sofort ins Paradies oder ins Höllenfeuer gegangen wären, was hätten sie Yaumul Qiyama als Ausrede vor ihm gebracht? Sie hätten gesagt, ja Allah, oh unser Herr, hättest du doch einen Gesandten zu uns geschickt, so hätten wir ihm deinen Zeichen gefolgt, bevor über uns Schmach und Schande kommt. Lass uns überlegen, hat Allah Azza wa Jal einen Gesandten geschickt? Antwort, ja, und nicht nur einen. Das heißt, sie haben nicht diese Ausrede. Unser Gesandte, der letzte war Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sie sagen, ja Allah, hätte dieser Gesandte uns erklärt, was richtig und was falsch ist, was du liebst und was du nicht liebst, hätten wir niemals das gemacht, was uns in das Höllenfeuer hereinbringt. Subhanallah. Und was für eine große Lüge dieses ist. Firaun, lahnatullah alaihi, er hat sein Leben geliebt. Wenn Allah Azza wa Jal ihm nicht dieses Leben leben gelassen hätte, so hätte er Yawmul Qiyama vor Allah Azza wa Jal als Ausrede gehabt, gesagt, ja Allah, warum willst du mich sofort in das Höllenfeuer hereinwerfen? Und ich würde niemals einen Weg beschreiten, der mich zu dieser Strafe führt, der du mich jetzt aussetzen möchtest, sondern vielmehr hätte ich der Rechtleitung gefolgt. Das hätte er gesagt, wenn Allah Azza wa Jal ihm das Leben nicht leben gelassen hätte. Aber Allah hat ihn in dieser Welt eingesetzt und er hat das Leben gelebt. Jetzt hören wir mal, was hat Firaun alles gemacht? Er sagte, Ich bin euer allerhöchster Herr. Er hat sich auf die Stufe von Allah subhanahu wa ta'ala getan. Firaun hat, wie es in den Geschichtsbüchern geschrieben steht, über 70.000 Jungs abschlachten lassen. Firaun hat versucht, Musa, den Gesandten Allahs alaihi salatu wa salam zu töten. Firaun hat Unrecht auf dieser Welt begangen. Und das alles hätte Firaun, wenn er das Leben nicht gelebt hätte, vor Allah subhanahu wa ta'ala bestritten und gesagt, niemals würde ich so einen Weg gehen. Niemals hätte ich das alles getan, ja Allah. Aber Allah wusste Bescheid, was dieser macht und Allah hat den Beweis gegen ihn erbracht, indem er ihm dieses Leben leben gelassen hat.